So, und das zweite Spiel des Tages. Jetzt geht es also gegen Konoha. Die haben vor allem zwei Spieler, die mir vielleicht mehr Sorgen machen werden. Das ist einmal der Naby Karte. Der ist nämlich groß und schnell und wendig und kann schießen und alles. Und im Tor steht Saru Tobi. Und wenn der einen guten Tag hat, dann ist der auch schwer zu knacken. Aber, warten wir ab. Eben haben wir gegen Alabastia 1-0 gewonnen. Wenn wir die knacken können, dann können wir theoretisch auch die ja besiegen. Aber, oh, scheiße, ich habe mich total verschätzt jetzt. Oh, oh, na. Aber wir müssen aufpassen, weil die haben ein gutes Stellungsspiel. Und die machen die Räume sehr eng. Die stehen recht hoch. Oh, oh, so. Ja, gut. Jetzt die Flanke, die total verhunzt ist. Und keiner steht da. Scheiße. Oh, Mist. Und die kontert recht schnell. Ihr seht schon, die haben ganz schönen Zug zum Tor. Weg da. Mein Ball. Oh, 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 Mann. Also, die sind nicht zu unterschätzen. So. Versuchen wir es. Geh es jetzt. Ah, schade. Ich brauche es hier mal ein bisschen. Ach, los. Ja. Gut. Los, kommst du ran. Ob. Nein, was. Ich habe doch... Also, echt. Ich habe in die andere Richtung gelenkt und der Vollidiot haut den Ball ins Aus. Wie bescheuert muss man denn sein. Ach, mein Gott. Also, manchmal haben die ja Aussetzer. Ja, war es kein Absatz? Geh weg. Was? Oh, Hammer. Sehr gut. So. So, ja. Oh, ja. Schön. Ne, vergiss es. Oh. Hat er aber auch noch. In letzter Sekunde. Schade. Schade. Oh, Mann. Kacke. Ach, ich hasse Konoha. Es gibt so Mannschaften, gegen die ist es immer irgendwie schwieriger als gegen andere. Unabhängig von der Statistik. Einfach, weil man... Weil die irgendwie so stehen, wie man es überhaupt nicht mag. Und Konoha gehört absolut dazu. Furchtbar. Die habe ich schon mal wahnsinnig gemacht. Das ist ein Tackle und eine Halbzeit. Scheiße. Das gibt es da echt nicht. Und dann noch solche Pässe heute hier. Also, ich habe jetzt nicht gerade den Flacken-Super-Genauigkeitstag. Das ist ein Tackle und eine Halbzeit. So, sehr gut. Ach, ich dachte, der bewegt sich jetzt noch. Jawohl. Jetzt mach den. Nein. Oh. Ey, da bist du schon hinter der Abwehr. Und dann hol dir den sich trotzdem noch. Ich werde noch wahnsinnig. Und Sarutobi war halt noch nicht mal mein Problem. Komm, er ist kaum schon zu ihm hier. So, jetzt aber. Oh, wie schnell der ist, der Sack. Nein. Oh. Oh, hau den jetzt. Oh. Schade. Und das wird dann nicht wiederholt. Dabei sah der gar nicht schlecht aus. Ach, ja. Ach, Mensch. Geh doch dem Ball entgegen. Und dann läuft er vorbei. Was ist denn nur los, Alter? Also, in diesem Spiel haben sie eine richtig beschissene Tagesform. Mann. Ja. Also, das war mutig. Das war sehr mutig. So, jetzt aber. Mach den. Das ist Kitschung nicht. Ey. Ist das ein Witz? Oh. Hau den jetzt. Oh. Schade, ey. Goalkeeper. Rising to the occasion. Ha. Mann. Der war nicht schlecht. Aber, ja. Wenn wir mal bei Sarutobi ankommen, wird's ja auch nicht grad besser. Jetzt mach den. Oh. Und groß sind sie. Und springen können sie. Das gibt's nicht. 0-0. Oh, Gott. Ein Krampfspiel. Ein Krampfspiel. Ey. Wie diese Schweine sich auch immer in diesem... Oh, Mann. Der war nicht schlecht. Schade eigentlich. Und, oh. Es tut jedes Mal weh, wenn ich sehe. Also, jetzt zweite Hälfte. Wünscht mir Glück. Wir müssen jetzt echt mal ein Tor machen. Und es wird sicherlich heißen. Oh. Ey. Die holen sich aber auch an den unmöglichsten Stellen den Ball. Es ist ja wirklich frech. Ach, scheiße. Da hat er jetzt aufgehört zu laufen. Oh. Mist. Zu plump. Wo ist nur die Lücke? Wo ist nur die Lücke? Los, mach den jetzt! Das gibt's nicht! Mann. Ey. Ich werde wahnsinnig. Oh. Oh. Jetzt. Wir haben den. Los jetzt. Gib den her. Oh. 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 Scheiße. Hätte da jetzt schneller reagiert. Oh. Das gibt's nicht, ey. Wenn ich dir den Ball abnehme, saugen die den auf unmögliche Art und Weise an. Ey. Geh jetzt bloß. Alter. Oh. Und mach den! Oh. Scheiße. Oh. Mit. Der hat den Headshot-Hobby wahrscheinlich gehabt, aber... Trotzdem. Mann. Ach. So ein Mist aber auch. So, also versuchen wir es jetzt so Außenrum, dreh dich mal, dreh dich Dreh dich, dreh dich Ach komm, das Spiel timet das doch so Dass ich knapp dran vorbeilatsche Jetzt hau den Nein Jungs, das kann doch nicht wahr sein So eine Krütze Ach, scheiße Aber ein bisschen unfair stark sind die hier schon, die Heinis So schlimm war es ja nicht mal mit Alabast hier Oh Komm jetzt Was, laufen die denn schon wieder dran vorbei? Hier weg jetzt, das ist mein Ball Nein, jetzt Ey, dieses von hinten Ballabgenehme Oh Alter, was für ein Scheiß hier Oh 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 man, jetzt muss aufpassen Sie sind ja auch noch groß und alles Ne, ne Oh Oh Das war ja ein schönes Foul So So Weiter geht's Oh man Ich hasse diese Typen Ich laufe einfach mal draußen rum Oh Scheiße ey, es wird bestimmt 0-0 oder so Oh hier, froh sein kann, dass ich jetzt nicht zurückgestimmt geraten bin Was macht ihr denn? Was ist das für eine Scheiße hier? Ja, hol den dir jetzt Oh Oh Kämpfe Oh Die machen ich wahnsinnig die Säcke Nein, warum bleibst du stehen, Mann Das ist echt ein Scheißspiel Also nicht FIFA, aber dieses Spiel hier ist so ein Rotz Die Typen gehen mir auf den Sack Oh Oh Ne Ah Das freut mich auch noch, der Arsch Ach So, jetzt aber hier Ja, komm Jetzt muss ich den schießen Oh Und er fängt ihn, als wäre es nichts Man Man Scheiße Wo hat er denn hingezielt? Ist das ein Witz? Es war kein Pass in den Lauf im Übrigen Und vorbei Man Kacke 0-0 Ach Und mit diesem Scheißspiel Verabschiede ich mich fürs Erste Und wir sehen uns gleich wieder beim dritten Spiel Nein Nein Nein